herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge space one liebe leute jetzt machen wir mal den wächter würde ich sagen oder haben wir was anderes machen das hier das würde ich das erstes machen aber wir haben noch ein bisschen kohle übersehe ich gerade richten und anschlag 100 schaden extra an das ist auch nett das brauchen wir auf jeden fall die reparatur so dich nimmer fast und safe delivery und versuchen wir fast und safe die sind ja riesig einfach so uns einfach mal wir versuchen uns einfach mal gucken ob das hinhaut ich bezweifle es ein wenig aber naja nur gucken und dann so wo kommt denn als erstes also von vorne ok haben wir zwei stück davon hin und hier oben zwei stück so dann haben wir noch ein verstärker rein mal gucken das sind 38 und dann verstecker rein machen wir so schnell feuer mega energie schüsse haben auch noch haben wir noch was nur neu ausrichten das hätte wohl kein problem sein sie sie haben operieren 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 so hätten wir das auch brauchen wir ein bisschen speed das muss sein und dann bauen wir noch eine zweite kanone abholen haben wir ja dann mache ich über ein schutzschild hin oder wir müssen unten was hinbauen ganz dringend ganz ganz dringend ganz schnell was so ja gut operieren brauchen wir jetzt nicht aber wir brauchen auf jeden fall mal ein bisschen kohle brauchen wir dringend ich hätte mich gerne hier noch ein verstecker gemacht schaffen wir das ja doch 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 jetzt packen wir doch wunderbar sogar reparieren operieren ganz dringend operieren kohle her dann haben wir noch mal davon annehmen dann ein schutzschild das blöd echt doof aber machen wir es so wird schon hinhauen den reparieren wir auch mal schnell operieren sehr schön wunderbar ihr wollt sehr schön sehr schön so schön gut und ihr ja 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 kein problem operieren anzeige anzeige wechsel mal bitte danke gutes von wieder speed möchten ja gerne unbedingt auf den ersten platz ankommen ja dann noch einen hin und sieht doch gut aus ok unten kommen jetzt 10 wir müssen auch hier was bauen und dann haben wir hier noch ein schutzschild hin passt das ja gut den reparieren wir mal so wunderbar die kohle brauche und dann noch mal uns gleich ein boost raus damit kommt kohle sehr schön hat sich schon sehr gut aus da mal hier noch ein booster hin da oder da ich glaube wir machen den da hin lieber wir müssen ja ein bisschen sparen wohl komm ah ja ich darf mich nicht weil das alles kaputt hier arm los hier sehr schön jawohl wieso ouch oh wir haben nur kanone verloren kann man immer nehmen wir machen ganz schnell ganz schnell kommt 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 mache danke rieren 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 jawohl sehr schön ich ist wieder mal wir können sogar schaffen erster zu werden haben wir ein bisschen boost rein kostet uns zwar ein bisschen geld muss aber sein oben auch oben 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 unten kanonen und hier auch noch eine ist jawohl hat's 0 packen kommt verdammter 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 люс aber 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 kommt ballert die ab ballert die ab ich will das ding drehen danke alter walter schnell feuer kommt macht das bingo blad w risen wo ist die braun wo ist die braun wo ist die braun wo ist ja wohl so sehr schön kommen wir müssen es packen wir müssen erster werden ich kohle machen ein mogel und kohle aber könnte ich wussten damit sie könnte ich wussten warum auch immer ganz schnell sachen bauen unten vorne oh je mini oh je mini komm mach ihn hilfe 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 alles raus alles raus hier au backe o backe o backe sehr schön sehr schön sie kommen nicht mussten aber wir sind erster wir sind erster verloren scheint nicht so im schon mal nichts verloren ja ich kann es auch nicht so wirklich glauben dass wir erster gewohnt sind überhaupt jawohl wir sind erster sehr schön und wir haben die komplette fracht sogar nice und richtig verdient gut gucken was schubdüse erhöht die schubkraft bei 30 prozent das regeneration das brauchen wir also nicht doppelte viel feuerkraft etwas schwerer auf dem bahn das hört sich gut an folgt mächtige raketen auf feinde tja was machen wir jetzt ich habe hier einen boss die hier oder die hier das ist die frage jetzt wir holen die immer wir uns damit mal aus so was nehmen wir denn das dürfen wir nicht machen wir müssen also den wächter müssen den wächter machen wir müssen den boss besiegen ja ja komm genau komm her und versuch es du sagst es ok brauny für eine schubdüse definitiv schon mal und die pflanzen dann so würde ich sagen aus einem riesen schiff höchstern war das hinbekommen wir haben jetzt diese raketen bekommen ich weiß nur nicht wo der auftaucht wie toll sind die überhaupt 200 stolzer preis gut sagt sagt kommt man mir drei stücke würde ich sagen und dann ein schutzschild ja haben wir alles ausgegeben also die werden geschützt auf jeden fall das schon mal etwas warum hier noch mal zwei noch mal so eine reihe hin ok die kommen von dort ja passt optimal also ja das ist mir jetzt egal das ist eh nun frachter der macht mir nix ne oder trifft der auch noch der blöde felsender oder mitroid doofes misstengel da macht mir das mal ab wo kommt ihr eigentlich her ich fliege da lang gut dann ich kann man nicht drehen ich kann man nicht drehen ach man doof viel kohle noch mal wir haben jetzt 153 gut da brauchen wir eine schubdüse die benötigen wir eh so dann knallen wir drauf hier ich möchte wenigstens ein teil kaputt sehen oh ok von vorne komm ein teil kaputt die brauchen die kohle danke komm macht ihr das ding noch kaputt das wäre super jawoll sehr schön ich mitgerechnet gebe ich ernst auch zu was machen wir denn jetzt ich würde sagen da einen hin und dann unten rechts einen langen ja und ballert das weg hier aber warum mit dir die schreiben wir mal so dann haben wir den dann dahin damit mit dem money dann haben wir den dahin so wir haben die power bremmer hat schnell ok jetzt müssen wir mal abwarten was als nächstes auf uns zukommt variieren warum habe ich ihn eigentlich nicht gedreht ich stappe es naja passiert drehen drehen so gut gucken wir mal wie viel wir jetzt an kohle bekommen noch na schafft ihr das noch schafft ihr das noch wäre fummeldös wäre das komp jawoll sehr schön so das müssen wir auf jeden fall hier welche haben zack zack dann nochmal eine schubdüse naja erbt mich nicht so wie viel platz brauche ich für den hier das würde mich mal immer interessieren halt das riecht mir mal aus hier ist der potten hässlich aus sonst so mal abwarten wo der boss noch auftaucht ich bin echt gespannt so das können wir mal gucken gleich inwiefern wie viel platz wir dafür benötigen wir brauchen 200 mal schauen was draus wird na gut wir hätten auf jeden fall was weil wir haben ja genügend astroiden die wir abknallen können so haben wir sogar sonst 200 wie viel platz brauchst du oh du brauchst zwei da kann man euch so platzieren der ja genau da das optimal da einen hin und dann da einen hin so ist der plan dann gucken wir das hinbekommen ja damit du drehst dich auch mal das ist wichtiger wesentlich wichtiger so komm 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 mach das weg bevor meine kanonen kaputt gehen sehr schön kann man das drehen und drehen jawohl sehr schön jetzt reparieren reparieren gut wo taucht der auf reparieren reparieren nach oben ok ja das hätte man nicht hinbekommen definitiv nicht oh wir haben kohle ohne ende nice das gefällt mir da ein hin da ein hin gut jetzt müssen wir gucken jetzt müssen wir warten weil ich habe keine lust die dinger zu platzieren weil ich platziere jetzt da oben hin und dann kommt der unten auf einmal der drecksboss das wäre ein bisschen blödes oh genau wir können hier nochmal ein Verstärker hin hauen da noch ein Verstärker so fährt mir das sehr schön reparieren wir mal den boosten wir den boosten wir nein steam ich habe jetzt keine Zeit und dich boosten wir auch mal wir haben genug Kohle so bisschen Zeit rausschinden das ist der Boss aha gut wir müssen also nach vorne gerichtet haben den Kram das soll der Boss sein ah nein 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 egal passiert gut der hat uns hier hinterher gerettet und man genau nimmt so operieren so haben wir irgendwas zu operieren hier nö alles paletti ist noch so weit oh jetzt geht es aber ab hier komm mach das alles weg mach das alles weg nein hat er uns einmal erwischt hier egal operieren operieren so du boost es bitte mal ach warte mal die kann man auch operieren jetzt oder ah mhm ja ja bla bla genau okay wo tauchst du auf unten hinter hinten wo fliegst du her da lang gut dann müssen wir dich so bauen äh komm ist nah schnell feuer so komm 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 jawoll baller drauf alles was wir was wir haben schnell feuer äh schnell feuer jawoll unten klappen da unten klappen yes mani 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 ja jaja nervt mich nicht komm platz mal hin platz mal hin komm 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 drehen drehen okay so ist es schön so dann pflanzen wir direkt noch ein paar neue Schubdüsen hier hin so die brauchen wir nämlich komm baller das Ding kaputt ey kann das so schwer sein hier haben keine Zeit verdammt nochmal macht hinne so komm stirbt endlich alter will wenigstens zweiter werden naja kannst du sagen so mach kein da kann schnell feuer das ist doch blöd ich hätte ihn gerne noch platt bekommen hier äh komm ach verdammt komm boost 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 go 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 jawoll so puh ja immerhin zweiter immerhin operieren wir mal alles hier soweit naja mehr ging nicht aber wir haben die Fracht durchbekommen komplett und den zweiten Platz immerhin trotz dass wir aufgehalten worden sind sehr schön okay okay wie knackst das gerade ich hoffe das ist nicht in Aufnahmen auch we understand that you are a fine runner of space a space runner we wish to retain your services that means hire you boss ach so weil das funk ist ich hab wieder mein herze weg kaputt äh mein kopf wäre kaputt schon na jetzt haben wir mehr super teule Idee ich bin nicht sicher ich mag den sonn von dem äh being the fair-minded humans that we are we will pay you extra compensation for safe delivery of our product ich mag den sonn von dem ja das gefällt mir auch ok so wir haben auch wieder Technik bekommen dazu was machen wir denn da mit der Ketenwerfer weiss nicht was war schweine geld ok ich frage mir gerade den schuldschild ob sie wird ein schaden 50 ionkanone letztes ziel außer gefecht auch gut gegen feindliche aha knitschelt aha namensprogramm diese kleine aha ok hier mein nachprogramm wird mit 2 energie versorgt das brauchen wir auf jeden fall multipliziert die trefferpunkte eine komponente mit dem faktor 3 äh was wir holen das einfach mal alles hier so ok leute ich verabschiede mich dann mal ich wünsche euch einen angenehmen tag äh ich hoffe ihr hattet spaß bei meinem video hier lasst mir doch einen kommentar da oder einen daumen also leute man sieht sich man hört sich man schreibt sich bis dann euer trixie ich würde mich sehr freuen bis dann ciao ciao tsch 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 tsch